Jey, Granatwerfer, ein Drittel, sehr gut. Die Seepferdchen gehen... Die werden... Haben wir die alle jetzt gefangen? Haben wir so viele Seepferdchen mitgenommen? Scheinbar. Okay. So, dann... Haben wir auf jeden Fall das Ding neu, alles klar. Haben hier neue Sachen. Nämlich das Vieh und das Vieh. Ach, sieht schon fancy aus. Kannst nichts gegen sagen. Ich hab noch ein bisschen Angst davor. Aber nun ja. So, noch zwei, drei neue Seepferdchen. Das war's, ne? Okay. Dann Eco-Watcher. Das Ding abgeben. Und das Ding abgeben. Na, guck mal. Und das Ding abgeben, das haben wir jetzt direkt schon fertig. Voll gut. Und das haben wir auch direkt fertig, weil ich die ganze Zeit den Scheiß mitgenommen habe. Okay, und dann brauchen wir jetzt nur noch eine Quest. Um dann nochmal aufzusteigen. Das heißt, entweder zwei rosa Muscheln oder einen Schädel. Und dann spawnen wahrscheinlich insgesamt schon noch mehr Quests nach, dass wir insgesamt auf Level 5 aufsteigen können. Und das wird vermutlich das Maximum sein, hoffentlich. Oder wir müssen dann erstmal neue Tiefen ergründen. Das kann auch sehr gut sein. Schade, dass uns jetzt genau 10 Punkte zum Level abfehlen. Aber nun ja, sei es drum. Okay. Da haben wir auch einfach nie wieder reingeguckt, ne? Ist halt so... Niemand braucht diese App. Haben wir hier inzwischen irgendwas drin? Nein. Ah, cool. Hier kann man sogar die Fotos nochmal angucken. Das ist ganz neat. Farm Now irgendwas Spannendes? Nö. Okay. Ja gut, dann... Ab zur Sushi-Bahn. Hier. Die Seeengel, um die du mich gebeten hast. Sie sind so hübsch. Danke, Dave. Und das hier habe ich auch gefunden. Hm? Ist das ein Foto von mir? Da war ein riesiger Seeengel. Das habe ich in seinem Unterstupf gefunden. Da ist ein Knopf auf der Rückseite. Was wohl passiert, wenn ich ihn drücke? Okay. Oh, wow. Maki, hier ist dein Vater. Wenn du das siehst, dann ist meine Expedition wahrscheinlich gescheitert. Es tut mir leid, dass ich mich nicht richtig um dich gekümmert habe. Mein Arbeitseifer hat aus mir nicht gerade den besten Vater gemacht. Und viele Freundschaften konntest du auch nicht schließen, weil wir wegen meiner Arbeit so oft umgezogen sind. Ich wünschte, du könntest mir vergeben, dass ich so ein schlechter Vater war und ein glückliches Leben führen. Und dein Traum, Köchin zu werden. Ich hoffe sehr für dich, dass es in Erfüllung geht. Wir werden dich von Weitem aus beobachten. Verliere also nie dein Lächeln. Oh, wow. Ich meine, ich habe schon damit gerechnet, dass der Vater einfach tot ist. Aber das war... Das war schon ein Ride in the Fields gerade. Hm, das war wohl alles. Sei nicht so aufgefühlt. Dein Vater hat dich scheinbar sehr geliebt, Maki. Bitte lass mich hier arbeiten. Was? Einfach so? Ja, mein Vater würde nicht wollen, dass ich so traurig bin und mich gehen lasse. Ich möchte ihm zeigen, dass es mir gut geht und dass ich hart arbeite. Und weil du dich um mich gekümmert und mir geholfen hast, möchte ich jetzt auch dir helfen. Äh, Banscho, was denkst du darüber? Das Mädchen hat Temperament. Ich mag sie. Du kannst ab heute hier arbeiten, aber du wirst keine bevorzugte Behandlung bekommen. Ja, verstanden. Ich werde fleißig sein und eine großartige Köchin werden. Okay. Muss ich sie noch zuteilen oder... Muss ich wahrscheinlich... Damn, sie hat kochen 100. Kochen 102 und dann machen wir das doch lieber erstmal so. Kann ich sie direkt trainieren? Easy money. Also Erwerb und Charme wird sie halt nie viel bekommen, aber okay. Mal gucken, ob sie auf Stufe 3 schon ihre erste Fähigkeit hat. Kochen plus. Kochfähigkeit wird da oft erhöht. Alles klar. Nein, ich wollte ihn gar nicht entfernen. Bleibst du hier. Ah, von ihm lernen wir dann noch ein Rezept, ne? Ja, okay, machen wir mal. Kajime-Suppe mit gepunkteter Grundl. Okay. Na dann. Was kostet dein Training? 600? Ne, das ist mir grad zu viel. So, Forschung müsste aber noch was gehen. Okay. Okay, wir können zwei Sachen machen. Wir brauchen nichts fürs Event. Und wir lernen auf jeden Fall das, weil das nur eins braucht. Ah, okay, die Katzen kennen wir in der Möglichkeit. Die kennen wir total. Ähm, tja. Das ist halt schon das geilere Gericht. Okay. Ein kurzer Blick auf die Zutaten, damit das neu da weggeht. Und dann. Veredeln wir das bitte. Das veredeln wir auch nochmal. Und dann veredeln wir das bitte. Und auch das nochmal. Und dann packen wir das auf die Karte. Und dann packen wir das auf die Karte. Dann veredeln wir das einmal. Dann kann man das ja nicht mehr kochen. Langschnurziges Seepferdchen. Holy shit. Ja, verbessern bitte. Einfach mal direkt Stufe 6. Okay. Was hat denn... Hallo? Hat der jetzt mal das beste Aroma? 200 nur. Das reicht alles nicht. Ah, doch. Das hat 264. Das Marlin Sushi. Ja, voll gut. Dann sind wir doch safe. Und können danach nochmal upgraden sogar. Voll gut. Okay. Dann... Das einmal auf die Karte. Und das einmal auf die Karte. Und das einmal auf die Karte. Und... Das haben wir nur einmal. Und das haben wir auch nur einmal. Und hier noch überall Autokochen einstellen. Und dann sind wir, glaube ich, good to go. Let's roll. Ach, da kommt Captain Jack. Okay, ich mach mal Tee. Das Bier machst du? Okay, perfekt. Dann kann ich ja nochmal laufen. Das gebe ich einfach dir. Und das kriegst du da hinten. Und dann... Machen wir kurz dein Bier fertig. Oh, das war ein bisschen viel. Ja, perfekt. Es fehlt nur das, was drin bleibt. Oh no, wir waren irgendwo zu langsam. Passiert. Ah, ne, die sind einfach sauer, weil der... Ne, vorbei, die wollen... Oh Gott, wir haben kein... Oh Gott, ich muss das fertig machen. Ich hab total den Wasabi aus den Augen verloren. Die wollten irgendwie eine bestimmte Sorte Marlin haben, ne? Den hatten wir leider nicht passiert. Na, egal. Trotzdem immerhin so um die 9000 gemacht, glaube ich. Nicht perfekt gelaufen, aber ganz okay. Ja. 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 Und dann ist der Dach jetzt irgendwie... Oh noo. Wir wissen alle, dass er so ein Bodypillow hat, oder? Natürlich hat er ein Bodypillow. Doch Gott. Ja. Das war's. Duff träumt von heißen Rhythmen. Drücke linke und rechte Maustaste, wenn die Hi-Taste den Cursor erreicht. Also, ich muss die dann beide gleichzeitig drücken, ja? Verwende die Maus, um deine Hand auf und ab zu bewegen und die grünen Noten zu treffen. Das wird auch gleich erstmal total furchtbar, oder? Schüttle die Maus nach rechts und links für lauten Applaus, wenn die orangefarbenen Noten erscheinen. Jetzt ist es Zeit für mich nicht beifahren. Okay, ich bin nicht darauf vorbereitet, glaube ich. Okay, ich bin noch encanta. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist gar nicht so einfach. Warum ist das in diesem Spiel? Nein, ich habe genug gespielt, danke. Ich bin mit einer exzellenten Score erstmal zufrieden. Der Lipbite am Ende. Ein neues Handyspiel namens LeasRent ist jetzt erhältlich. Du kannst das Spiel in der Game Factory deines Smartphones spielen. Ist nicht euer Scheißernst, oder? Dieses Spiel, Alter. Aber warum denn? Oh, stürmisch. Oh, wir haben Kapitel 4. So nebenbei. Tenjin bat mich, ihm den Schlüssel zur Gletscherpassage zu bringen. Ich muss zum Seevolk-Altesten zurückkehren. Ja, auch. Oh, der Reis ist schon ausgewachsen. Diese Region ist außergewöhnlich fruchtbar. Komm bei der Farm vorbei. Okay, offenbar machen wir das. Du kannst ihn ernten. Okay, dann ernten wir ihn doch mal. Und entfernen auch gleich das Unkraut. So langsam hast du den Bogen beim Ernten raus, hm? Ja, aber kann ich direkt nach dem Abernden sofort neuen Reis entpflanzen? Äh, nun ja. Der Boden muss sich erst etwas erholen, weißt du? Dann musst du einen halben Tag warten, dann kannst du wieder Reis entpflanzen. Jedenfalls sollte der Reis dieser Qualität, äh, diesen Regisseur zufrieden stellen. Oh, den sollte ich zum Banjo bringen. Danke, Otto. So, komm hin und wieder vorbei, um das Land zu bearbeiten. Es wäre schade, wenn die Feldfrüchte Insekten zum Opfer fallen würden. Okay. Jemand können wir noch nichts machen, ne? Da kommt bestimmt später noch was. So, aber was wir jetzt hauptsächlich machen müssen, ist, äh, einmal auf Farm Now gucken, damit die Info da weggeht. Dann haben wir mehr Soundtrack-Sachen. Und dann können wir jetzt tatsächlich einen Rangaufstieg vornehmen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Okay, das war super und spektakulär. Da hatte ich mir mehr erhofft. Okay, neue Rezepte, die wir halt im Leben nicht so schnell erforschen können, aber okay. Wasabi-Limit plus 5, Wasabi-Menge plus 1, ein extra Kochplatz und zwölf neue Interieursachen. Okay, krass. Ähm, kann Banjo schon das Gericht kochen? Okay. Ah, das Seegras-Ding. Ja, ready. Okay, das hört auch hier erstmal das Gleiche. Äh, das sollte dem Seevolk schmecken. Danke dir, Banjo. Ich werde es dem Seevolkfarmer bringen. Ja, bei Gelegenheit. So, erstmal gehen wir zum Boot. Und dann haben wir auf jeden Fall noch eine Sache zu tun. Naja, also Banjo hat es noch nicht so mit den Fotos, ne? Äh, so. Wir haben hier so ein Minispiel zu spielen. Ich bin gespannt. Okay, wir haben einen Double-Jump. Auf welcher Taste? Auf leeren. Ah, wir dürfen nicht die Kisten treffen. Okay. Was? Okay. Das geht besser. Ob wir hier was freischalten können, wenn wir so 100 kriegen oder so. Unfassbar. Extra noch Double-Jump gedrückt. Eher well. Das ist gar nicht so einfach. Das Timing ist manchmal halt irgendwie... Okay. Ja, was machst du da halt, ne? Also... Was willst du da... Also... Das ist halt so eine Sache... Was willst du da machen? Du brauchst halt einen Double-Jump, um über den Abgrund zu kommen. Und dann... Und dann... Steht er aber halt... Direkt Duff. Wir müssen vielleicht von Anfang an dann höher springen? Weiß ich nicht. Du brauchst auf jeden Fall auch schon irgendwie einen Double-Jump, um über Duff zu kommen. Man... Das ist ein bisschen besser. Ja, das ist ein bisschen besser. Das ist ein bisschen besser. Das ist ein bisschen besser. Ah, Shit. Wir können wenigstens einmal die Hundert packen. Ah, Shit. Ah, shit. Kisten. Okay, tatsächlich, wenn man den Bogen erstmal raus hat, es funktioniert ganz gut. Wenn man halt direkt guckt, ist das was, wo ich einen Double Jump brauche und dann direkt Double Jump macht. Also den zweiten Sprung nicht verzögern, sondern einfach direkt doppelt drücken. Dann geht das ganz gut. Dann landet man auf jeden Fall im Zweifelsfall früh genug, um direkt noch einen Double Jump machen zu können. Ah, okay, bei den Kisten ein bisschen später. Okay. Okay, das war halt schon richtig furchtbar. Schaffen wir 150? Das war Knopf. Ah, shit. Aber nur er heiß geworden. Wait, wir kommen über Duff auch so rüber, wenn da keine Kiste hinter ist? Ich meine, in Wirklichkeit geben einem halt die Diamanten ganz gut an, wie man das machen sollte wahrscheinlich. Sad. Äh... Äh... Dummscheiß kriegst du mich aber auch, ne? Das ist auch sowas, wo ich früher halt dann so eine halbe Stunde auf irgendwie Congregate gesessen habe, bis ich das Impossible Achievement habe. Ich würde zumindest einmal die 150 schaffen, dann ist gut. Dann reicht. Ah, shit. Okay, das war nix. Gibt's dazu ein Achievement? Ich habe keine Ahnung, ob es hier Achievements gibt dafür. So fangen wir gar nicht erst an. Also ich müsste wahrscheinlich das Ganze einmal abschließen. Manchmal ist es aber auch einfach blöd getaktet. Wat? Wie bin ich denn da hängen geblieben? Okay. Manchmal machst du halt einfach nix. Okay, da hat er einfach den Input gefressen und ist nicht gesprungen. Das ist neu. Das ist doch... Okay, die großen Abgründe kann man aber theoretisch mit einem Sprung machen. Also muss man vielleicht auch... Ja, okay. Was willst du da machen? Okay. Was willst du da machen? Ich kann jetzt nicht bei 142 aufgeben. Das ist keine Option. Ah, shit. Das ist schon nicht gut. Okay. 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 So, reicht. Okay, und dafür kriegen wir jetzt gar nichts. Es ist einfach nur drin, damit es drin ist, ja? Also, vielleicht gibt es ein Steam Achievement dazu, keine Ahnung, aber... Boah, okay. Nun, ich glaube, dann habe ich tatsächlich erstmal genug. Und würde sagen, vielen Dank für's Zukunft bis hierher. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Und tschüss.